Hallo Minen, lange nicht gesehen. Er muss da lang gegangen sein. Ja. Wie er auch gerade... Wie er auch eben in der Sequenz wieder... Ich habe nichts getan. Nein. Ja. Du klingst wie so der dicke Hohle in der Gang. Aber was? 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 Warum? Wie? Wo? Och nö. Da. Oh nein. Hi Ray. Genau, in der Kirche. Das hätte ich ja wohl gesehen. Da kommt doch gar kein Text mehr. Vor Billy war auch kein Text. Episode 13. Jetzt kann ich schießen. Je nomine Patry. Cool, cool. Ray wird uns ja jetzt hoffentlich mögen und beschützen. Bitte. 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 Ray? Ist gut, Junge. Ich habe dich falsch eingeschätzt und es tut mir aufrichtig leid. Der Herr steht auf deiner Seite. Du wärst sonst schon lange nicht mehr am Leben. Sie haben Molly. Das ist meine Schuld. Aber das werde ich wieder gut machen. Versteck dich. Ich will helfen. Nein, ich muss mit denen ganz alleine fertig werden. Ich muss alleine Vergebung für meine Arroganz finden. Bring dich in Sicherheit. Gott hat mir aufgetragen, dieses Mädchen zu retten und diejenigen zu bestrafen, die es gefangen halten. Und wenn sie ihr Zeugnis abgelegt haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Moment. Moment. Punkt 1. Hatte Ray gerade eben eine ganz andere Stimme und dann plötzlich wieder die alte. Punkt 2. Jetzt haben wir Billy mal gesehen. Meine Meinung hat sich schlagartig geändert. Ich mag seine Stimme. Ich mag es auch mit ihm zu spielen. Aber so geil ist er dann doch nicht. Ja. Okay, es ist das erste Spiel der Reihe. Ich, äh, ey, komm, aber teilweise ist es echt schlecht. Also ich mag das Spiel im Gesamten. Sogar sehr. Mehr als ich dachte, weil ich eigentlich überhaupt kein Western-Fan bin. Aber, aber, boah. Teilweise ist es, also nennen wir es einfach ein Trash-Let's-Play. Nicht nur was das Spiel an sich betrifft, sondern auch die Dame, die es spielt. Dame. Okay, dann heißt es jetzt aufs Maul. Und ich freue mich. Und ihr euch auch. Bitte. Sonst habt ihr Pech. Let's go. Ich mach das Spiel. Mann. Ich und mein Akimbo. Läuft. Es läuft. Ich habe noch... Und sie sogar heile. Du kleiner Ficker. Ja. Glaubst du? Komm. Ja. Oh, darf ich Ruherrest? T-N-T-Ambot. Alle meine Waffen sind heile. Cool. Nein, 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 nein. Ich nehme dich mit. Das heißt, aber noch lange nicht, obwohl ich kann ja mal nachladen. Oh Gott, das dauert wieder ewig. Egal. Ich nehme eh die. Oh, nein. Oh, oh, oh. So, oh, oh. Komm. Oh Gott, sag ich, ist das eine Schildkröte? Nein. Nur ein Steinsch. Na, das war nichts. Da schmeißt du wieder jemanden, Scheiß. Boom. Nee. Nee. Komm her. Ich will kill you all. Äh. Lieb sein. Nein, nein. Dieses Gewehr liebe. Oh. Ich will den Schatz. Oder zumindest ein bisschen was davon. Mit Lampenwerb. Schirr, du Hund. Habt ihr nicht schon mal was Neues auf Lager? Ja, du Hund. Hä? Ja, deine Mutter auch? Nachladen? Soll ich die noch benutzen? Wie liegt da so auffällig? Äh. Hä? Hä? Oh. Ha, ha, ha. Ich sehe nichts. Ha, pff. Ha, pff. Puh. Gehen die Weischteile. Nix. Oh, hi. Adam, Tutai oder Adam. Gesucht wegen Gründung einer verfassungswidrigen Vereinigung namens Bruderschaft des ewigen Marketings. Diese Gruppierung hat er sich zur Aufgabe gemacht. Was? Hat es sich zur Aufgabe gemacht. All das aus dem Spiel zu eliminieren, das geschmacklich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner innerhalb des Teams zu bringen ist. Das gefährliche Populisten. Ja. Anstatt so viel zu entfernen, hättet ihr mal mit manchen Sachen euch ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Ich habe es doch gesagt. Habe ich, äh, vergiss es. Ich habe gar nichts gesagt. Ja. Oh, hallo. Numero 2. Na, äh, nein. Hä? Wir sind, ach, ach so. Ach so. Nein, bist du behindert? Um Gottes Willen. Ich soll da jetzt nicht runter. Ja gut, der alte Mann, der kommt nur runter. Aha. Und wie kommst du dann wieder raus, alter Mann? Du kannst doch nicht klettern. Oh nein. Oh, scheiße. Ja, ihr braucht nicht nochmal schießen. Ich bin schon tot. Ich hätte was. Ach, nö. Push, push. Ach, nö. Ja. Lief doch gut. Wozu eigentlich ständig diese Bibel? Will da die Leute totquatschen, oder? Wääh. Waha. Huhuhu. Hä? Alter. Geh weg. Äh, äh, äh. Geh weg. Ich seh nix. Aber die sehen mich. Komm. Ich hab dich, äh, durch einen Schuss ins Ohr getötet. Gut. 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 Und nicht immer genau in den Weg legen, Mann. Ich verbrenne es auch nicht. Öse. Geil. Öse. Neue Sprach hier, wenn ich mich verbrenne. Öse. Ach, machen. Push. Ja. Öse. Öse, möse. Ja. Die. Au, au, au. Okay. Okay. Nein. Okay. So, versuchen wir es nochmal, ne? Ganz nach vorne. Schwupp. 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 Ich sitze hier voll zuckend. Vorm Rechner. Du bist ein Feigling. Du bist tot. Schwupp, schwupp. Yeah. Ich kann ja auch mit mir. Öse. Ja. Kiekebo. Du bist ja dämlich. Wo ist der Vater? Ach, da geht es auch lang. Ging es das eben schon? Oh, schick. Ich möchte gerne was mitnehmen. Ja, ja. Ja, ja. Aber wie du siehst, bin ich immer noch am Leben. Glaubst du wirklich, du kannst Juarez aus den Weg räumen? Juarez? Du bist der Mann, der meinen Bruder auf dem Gewissen hat. Dein Bruder hat mir meine Frau weggenommen, Padre. Er hat es nicht anders gewollt. Und jetzt bist du es, der mir mein Eigentum entreißen will. Das erwirte wohl nichts, Cabron. Es ist an der Zeit, dass du das zeitliche Sägenest. Sägenest. Was? Wo? Moment, 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 Moment. Ladies, ganz ruhig. Warte mal. X. Boom. Boom. Mr. Juarez. Sie feige Stück. Wo denn? Ach, da hinten. Wo sterbe er? Jetzt. Genau. Wer uns sagt. Jetzt aber. Wie soll ich denn da jetzt hochrennen, während er so eine Dinger schmeißt? Of course. Von wo denn, du Feigling? Ja. Wo, 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 wo? Da. Mann. Bäh. Aua. Are you kidding me? Ui. Was ist hier? Hier war der Eingang. Und aha. Warte, erst X und dann... Und dann... Äh, hallo? Hallo, du? Jetzt. Oh, Endboss. Oh, scheiße. Mir geht's nicht gut. Du stirbst nicht? Du glaubst wohl, dass du gewonnen hast. Niemals, Priester. Ich habe immer noch das Mädchen. Wenn ich von dir oder dem Jungen das Gold nicht kriege, wird dieses Mädchen eines qualvollen und langsamen Todes sterben. Wir werden sie foltern und bei lebendigem Leibe verbrennen. Hast du gehört, Padre? Das Gold für das Mädchen. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang. Äh, was war das da hinter seinem Rücken? Das war eine kurze Episode. Äh. Warum darf ich den jetzt nicht töten? Das ist doch voll dumm. Vielen Dank.